zur firma kommen ja es ist echt zum beschreiben ich soll jetzt schnell oder dann eigentlich bringe ich habe mich macht 20 lattern ja über 20 lattern das muss lange dann schaue ich mal nur schnell weil man schwarz sie wollen die macht die kurze über den steck weiß sie aber keine schwarze es ist für holz gelbte ist das ist keine schwarze wolle oder was versuchst jetzt zu ach so da hat sogar mit schwarze wolle bis sascha oder nicht aber das stimmt schaum ob die schwarzen herstellen ist wenn ihr noch mal doch gut er brach zentensäcke was sie wieder entschieden aber man hätte eigentlich im lager das ist gut gut die gut die gut die 8 er ist sagt der arbeitskollege man das hat immer die stadt kurz sagt er gut die rummengen ich hätte ich hätte richtig geil sowas hast du nur für thema zwei themen hast gesagt oder also was soll das kindern genau ja also abschließende wortfazit ja sagen wir beide der gleichen meinung um kinder in deutschland geld überhaupt nicht satz unfreundlich wenn immer komischer ja und meistens schaust dann schon mit mit serien oder so schaue die schon in ein smartphone eine ja ja überhaupt nicht finde ich finde ich über dem wollen und wollen ja sie möchte das ist bau oder was das brauche ich gar nicht auch so kann ja machen ja ja nein mach schon dann durch noch bis zum tintensäcke kaputt aber jetzt sechs mal vier gehört der nächstes thema was war das genau mit youtube mit den neuen design der hauptsitz kursen oder war halt die ganze zeit so du hast vorleit abonniert gehabt und dann hat es los zeigt oder hat zeigt deine abonnenten wo es der haupt klug und die viz wo es heute ja alles noch viel jetzt ist wo meinst du was ihr meister ist ja als wenn du auf abos klickst oder wie wenn es du ganz normal auf drei wenn es du angemeldet bist und auf youtube ach so erstens kommentare schreibt genau dann hat es hat es heute vorher einmal ort zeigt wenn es einen kommentar hinterlauer oder irgendwas liken und jetzt ist es so jetzt bringen es bloß noch die als bringen es bloß noch die videos was hochklauen haben das finde ich sogar also die fenster ist das neue design geil na ich finde es auch egal dass jetzt bloß wieder die videos erzeigte waren für die verdiene war ich abonniert wo weil ich mich interessiert ist nicht wenn jemand andere in der video liken dort ich mag wirklich bloß deswegen war ich halt abonniert wo ja klar das ist verständlich also das ist halt so mein zweites thema also finde ich halt gut aber das neue design was soll ich dazu sagen manuel da fällt mir nix ein 1 2 hoch nix gut das oder weh nein ich weiß jetzt nicht was ich dazu soll mir fehlen die worte ok 25 tintensäcke ist der verbrechen nein ich bin so kacke im kopf kacke im kopf ja das war es dann schon wieder mit themen naja das ist blöd das ist echt blöd das geht ja wir machen wir das aus dem holz machen ja das machen wir das aus dem holz echt fällig darum zum spazieren wir schaffen das ist dann auch da kommt jetzt das fenster eine ok ach faktisch hätte ich da machen oder auf den seiten ja eigentlich schon das wäre doch das machen wir da nur eine ja freilich ja genau das muss jetzt zack zack das war z5 1 2 3 4 5 genau dann 2 hoch 1 2 3 hoch dann zack zack ich habe mir dann mal hockey dabei times 0 der wird das mache ja jetzt habe ich schon gemacht verdammt die axt drei besser ist immer hinter let's player oder wir hatten das immer gesagt verdammt die axt also vorher mit der let's player sondern er hat nicht immer gesagt boah da boah scheiße möchtest du das holz abbauen welches also was machst du was machst du da genau das gleiche hier drüben oder also ja ok bitte schau hoff ich mal mhm 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 genau wir haben das auch noch schnell bearbeiten das normale holz genau für das 60g passt noch dick fallen das ist blöd wir kannten gar nicht also etagen machen das doch das dann mal gefällt machen wir gleich so etagen oh mein gott ich habe mir da mal stein dabei hier ach schamdi ich bin auch dabei mhm konzentrieren genau da kommt klar dass eine was man hat zu nachhaltig da müssen also was machen ach geht perfekt ok doch einmal stockwerk ein jahre ja mach ich da mal dicht warte können einmal total an kranken noch machen und zwar durch die anderen mit so ein so ein ding so ein vierer block freilassen oder was das war eins zwei oder warte mal man muss es so machen oder na so passt es das clue gottes oder welcher das gesagt keine ahnung was machst du da ja ich will wieder auf anderen seiten mit äh holsterer machen das verkleiden sodala nein fuck na das war sinnlos das muss eigentlich scheiße ist das wurde blöd und zack das muss da runter und da runter eins zwei ei schlimm mit denen die baumstämme da ja die gehen einfach ganz schön schnell aus also das normale geht jetzt echt schnell aus zack zack und so nach komm verbau dir doch nicht da ist nicht fast eng nein 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 zack 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 holz haben wir nur passt ok ok und da kommt jetzt dann die windmühle drauf oder so brain afk vorderwinn oh ja ah oh mein gott ich muss ein leichtes pissen unterdrucker sonst sonst wird das zack wenn ich mir in die Hosen mach da kriegt keiner mit so so passt das jetzt warte mal wir machen es jetzt so dann ist da ah ok zack 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 gut ok das muss weg geht und dann muss das muss auch weg geht ja genau das muss alles weg wer läuft es ja nicht bei dir mit Dings mit Harry Potter läuft ganz gut ja ich komme immer wieder dazu wenn ich wieder ein paar Pots brauche dann nehme ich wieder auf also ja einwandfrei oh was wird das jetzt so ach wir ja dass wir da die Leute hin machen ach so wir kannten es jetzt außen machen oder also schau mal oder in den 2 mal 2 mal 2 mal schau mal oder in den 1 aber ich hab da außen eigentlich fast besser finden da oder da hat mir mehr da gefallen da hat sich über 2 mal machen oder rechts und links wer ja da oder so auf hier oder und dann halt mhm finde ich ja mach ja doch so willst du nicht dann machen wir das da durch ja überall leitern jawohl ja guck mal da auch so zu machen gut das passt ja aber wir kannten es auch so machen da so machen ja genau war das so machen machen wir so dann machen wir das so da wieder weg ok genau schaut eigentlich ganz aus und jetzt hat's hammer wenn er zum ersten stück jetzt kommt der letzte stück und zwar hat er jetzt hat der rezeptor wieder holz wir machen es aber dann mit dem mit der windmühle selber bauen weil gerüst bauen das ist ja das ist scheiße äh geld eigentlich oder meinst ja weiß ich nicht jetzt haben wir da oder wieder äh oder ich steu mich unten hin und 5 alles willst du halt äh schnall im gmod halt das baust oder weh ne ich weiß es nicht war da gerade am einfachsten scheiße jetzt warte mal ähm kurz überlegen jetzt darf mir nicht aufgefallen weil ich das zubauen muss halt so das kann weg 2 3 4 5 genau dann kann man jetzt habe ich keine aber ich habe bloß noch 16 eichen holz ich muss jetzt gleich runter 1 2 1 2 1 und jetzt hat 1 2 3 na fuck gut dann muss ich da jetzt runter hilft nichts zack dann kommt da dann machen wir wieder fenster oder weh ja genau da kann man gar kein fenster oder das ist der letzte stück doch da kann man nicht nur fenster machen aber man sagt dann wolle ja ok mach ich es dann aber richtig ja kannst du mir das normale holz geben ach so ja da kommt der block hier oder kommt der normales holz hier wenn man das und gemacht block oder normales holz weiß jetzt gar nicht mehr ja genau schnell was essen ok dann wollen wir das noch ändern dann mach ich es auch schnell krank halt auch da raus und da raus genau gut gut die da auf der der seite müssen wir es genau so da habe ich noch ein bisschen glas und 1 2 da wird es aber richtig eng jetzt was machst du da passt doch oder so hat